Herzlich Willkommen! Der jetzt zurückınde! Und jetzt HERAN! 25isischnl und 19! Dieankauer sind richtig lighten. Die gewissen Fahrtarten können dabei mit meinen Hutmrodchen�� hinführen! Das hier hat mir abereman infrastrukturiert. Ein Abfahrtsleuch hinter Bütter. Deswegen das rote Trikot, auch das können sie ja steigern. Auf IB, AT, so wie alle Staaten. Es kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Was hat er für eine Geschwindigkeit? 140,2. Didier Küsch verdrängt ihn von der Spitze. Wahnsinn. 53, 74, Didier Küsch kann eine Siegerfahrt gewesen sein. Aber es ist noch zu früh. Kerl hurt ab vor dem Küsch, sensationell. Wird das der vierte Sieger. Das ist das Auffahrtsport. Und jetzt ist Didier Küsch da. Jetzt kommt das I-Tift von die Abfahrer, der Didier Küsch. Faut er den Schlossenheit an. Der spinnt ja, er ist da attackiert. Volle Wäsch. So, zwischen. Aber da macht er einen engen Radius wieder draus. Wie er das anlegt, ob er das so knallhart. Aus der Karte. Eng eine fährt. Schau mal. 1,0 die richtigen Geschwindigkeit. 135,7. Und das ist in jedem Fall die Beste. Aber was für eine. Diebzig, der Vorjahressieger, Didier Küsch. Das musst du sagen. Das war eine demonstratierte Fargo vor zwei Jahren. Didier Küsch, für wie viel hat er Kraft? Super. Eine Drehung. Fühlt sich aus mit dem Abfahrtschi. Das war eine Drehung. Schau mal! Schau mal! Kannst du das noch mal machen? Was tue ich denn jetzt? Ist noch ein Loch. Ist noch ein Schiebe. Wo ist noch ein Loch? Der komplette Bus ist hin, siehst du das nicht? Das gibt es nicht. Nicht so gemeint. Es tut mir leid. Was tue ich denn jetzt? Ich habe ja Leid rein. Siehst du das nicht? Es wird eh schon gleich dunkel. Und schnell ist auch fast keiner. Sorry. Das gibt es ja nicht. Wo hast du denn Skifahren gelernt? In der Schweiz. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube.